Die Zeit ist gekommen, der Tod, von dem ich brach, ist da. Er ist in Späubern, dieser Mensch beschimpft mich. Er hat nichts gegen dich gesagt, über dich ist er ein sehr großer Profit. Ich glaube nicht an Profiten, aber du, du hast Angst vor ihm. Ich habe von niemandem Angst. Ich sage dir, du hast Angst vor ihm. Warum lieferst du ihm nicht den Toden aus, wie seit Monaten nach ihm schreien?